Ich hab lang nicht zu dir geredet Vielleicht, weil es mir sinnlos erscheint Ich kann dich nicht hören, kann dich nicht sehen Glauben ist schwer, damals viel ist mir leicht Immer wieder nur Streit Sie meinen, von dir gibt es nur einen Dann erklär mir mal bitte Warum wir uns entzweien Du hast so viele Facetten, stehst für Frieden Doch wegen dir bekriegen sich Menschen Deine Gesetze geschrieben in Büchern Die Knie vor den niederten Kirchen, Moscheen oder Tempeln Für dich falten sie Hände, für dich planen sie Fäuste Haben verschiedenes Denken, aber sie alle sind gläubig Gott, wenn du mich hören kannst, gib mir die Antwort auf all meine Fragen Der Teufel zeigt seine Hörner, denn der Mensch hat meist kein Erbarmen Wenn vor dir alle gleich sind, warum sind wir gespalten in Arm oder Reich? Schwarz oder Weiß, warum all das Leid der Wolf im Mitten der Vielzahl von Schafen? Irgendwo zwischen Himmel und Hölle 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 Denn wir leben zwischen Himmel und Hölle Oder ist das hier die Hölle auf Wert? Ich würde so gerne verstehen, wenn ich könnte Dass Menschen für dich töten und sterben Ich bin nicht gläubig, bete schon lange nicht mehr Kriech nicht zu Kreuze, bin von Religion und dem Ganzen entfernt Was nicht bedeutet, dass meine Meinung das Optimum wär Doch wie viele Leute tragen für deine Liebe nur Hass in deinem Herz? Wenn wir uns unterscheiden Eine Meinung nicht teilen, dann ist es okay Die eben das Seine, ich red dir nicht rein Und hab Respekt vor deinem Glauben Unsere Gedanken sind frei Ich respektier deinen Weg Doch erwarte das Gleiche, wir könnt drüber reden Aber zwäng mir nix auf Immer dabei für das Gute zu kämpfen Ein Ketternes Brot an das Ufer zu lenken Die Hände zu reichen, zu helfen Das Gute im Menschen zu sehen Doch jede Religion hat ein Blut an den Händen Seit Jahrhunderten kämpfen wir gegeneinander und brechen Das Brot nicht mehr teilen Scheint heute an Wunder zu grenzen Und ich glaub, es könnt es selbst du nicht mehr bremsen Und frag, wenn es dich gibt, warum sind so viele für dich gestorben? Wurden ermordet in deinem Namen? Es wurde begründet mit deinen Worten Warum hassen sie dich, sobald du anders heißt? Wer frei von Sünde ist, werfe den ersten Stein Amen Denn wir leben zwischen Himmel und Hölle Oder ist das hier die Hölle auf Wert? Ich würd so gerne verstehen, wenn ich's könnte Dass Menschen für dich töten und sterben Denn wir leben zwischen Himmel und Hölle Oder ist das hier die Hölle auf Wert? Ich würd so gerne verstehen, wenn ich's könnte Dass Menschen für dich töten und sterben Und ich's könnte aus den ersten Stein Und ich's könnte zumindest nicht mehr bremsen Und ich's könnteden, wenn ich's Hardy Untertitelung des ZDF, 2020